Der Frieden ist zum Greifen nah, man spürt ihn überall. Am Hof, der in den Bergen liegt und rund im tiefen Tal, man sieht sich in der Seele drin, nur nach Geborgenheit. Und merkt, dass etwas anders ist in dieser starren Zeit. Wenn die Kerzen wieder brennen und ihr Licht den Raum erhält, wenn der Schnee in dicken Flacke langsam auf die Erde fällt, wenn der Duft von Fischen geht, Symbolik in die Nase steigt. Und wenn Kinderaugen leuchten, dann ist Weihnacht nicht mehr weit. Die Menschen haben plötzlich so ein Lächeln im Gesicht. Und wenn ich abends schlafen gehe, dann wünsche ich mir so sehr, dass es an jedem Tag im Jahr so schön und friedlich wäre. Wenn die Kerzen wieder brennen und ihr Licht den Raum erhält, wenn der Schnee in dicken Flacke langsam auf die Erde fällt, wenn der Duft von Fischen geht, Symbolik in die Nase steigt. Und wenn Kinderaugen leuchten, dann ist Weihnacht nicht mehr weit. Wenn die Kerzen wieder brennen und ihr Licht den Raum erhält, wenn der Schnee in dicken Flacke langsam auf die Erde fällt, wenn der Duft von Fischen geht, Symbolik in die Nase steigt. Und wenn Kinderaugen leuchten, dann ist Weihnacht nicht mehr weit. Und wenn Kinderaugen leuchten, dann ist Weihnacht nicht mehr weit. Und wenn Kinderaugenли, dann ist Weihnacht nicht mehr weit.